Wir kennen ja so langsam eine Platzproblematik und dass das Studio mal langsam richtig fällig werden soll, denn hier ist ja noch ganz viel, was noch geändert werden muss. Also das, was ihr nicht sehen könnt. Deswegen habe ich mir wieder was von Kerstin aus dem Regalfach genommen. Heute ein Divas, Duas, zwölf Jahre, Double Aged. Und den schauen wir uns jetzt gleich nach dem Intro an. Schön dann bleiben, Kinders. Bis gleich. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder, ja, bei einem Blend unterwegs. Bin bei Divas, Duas, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, aber ihr guckt diesen Kanal ja nicht, damit ich die Whisky-Namen richtig ausspreche, sondern weil ihr wisst, wie das Zeug schmeckt. Also, ich habe den zwölf Jahre, Double Aged für euch. Der ist bei Kerstin aus dem Regal. Kerstin hat den mal irgendwann zugeschickt für ein Video. Und, ähm, ja, ich wollte den eigentlich bei Cheat Mr. Z bringen, aber mir ist aufgefallen, Junge, Junge, der ist ja eigentlich teurer. Hier sind wir nämlich bei einer Preisrange von Pi mal Daumen, 26, 27, manchmal auch 30 Euro schon. Es gibt noch ein paar Shops, die die für 25 haben, aber 25 Euro ist nicht der reguläre Preis dafür. Deswegen gibt es den heute, oder gibt es den diesmal auf meinem Kanal. Ähm, ihr seht schon, so sieht die Bullet aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, so Marketing-technisch holt mich das schon ab, ne? Also, hier sind es irgendwelche erhabenen Sachen, die man anfassen kann, irgendwelche Symbole drauf. Kann man erstmal nicht meckern, ne? So, also, wir schenken uns mal ein Schlückschen ein, dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Ähm, wir haben 40 Prozent, das ist ein, äh, Blended Scotch Whisky. Heißt also, wir haben Grain und Malt Whisky gemischt. Ähm, und dieses Double Aged kommt zustande. Die machen nämlich folgendes, Die gehen hin und, ähm, lassen erst den Whisky ganz regulär reifen. Keine Ahnung, irgendwie elf Jahre oder was weiß ich. Hier steht immer, hier steht überall nur so ein paar Monate. Ne? Hier steht jetzt nicht drauf, irgendwie, wie lange genau. Auf jeden Fall, ne, gehen die hin, lassen den Whisky, also den Grain und den Malt Whisky, nehmen die aus ganz regulär gereiften Fässern. 40 Stück übrigens an der Zahl, da sind 40 verschiedene Whiskys drin. Und dann kommt die Masterblenderin oder der Masterblender geht dann hin und sucht sich dann quasi das raus, wie er das haben will, blendet das alles zusammen. Und dann, wenn es geblendet wurde, dann packen die es nochmal in den Fass und lassen es da nochmal drin reifen. Also, deswegen heißt das Double Aged. Und, ähm, wie viel das ausmacht, ob das was ausmacht, können wir jetzt nicht vergleichen. Müssten wir natürlich den Whisky haben, bevor der in diesen Fässern nach der Reifung nochmal gelandet ist, in dem, wo der halt quasi geblendet worden ist. Das ist halt immer die Frage. So, also Farbe, können wir jetzt nicht viel drum geben, ist ja eh gefärbt. Und, ähm, trotzdem muss ich mal sagen, Design ist auch wichtig und für mich ist dieses Design schon mal sehr geil. Mich holt das sehr ab. Ich mag das. Das ist so ein bisschen klassisch angehaucht, aber auch Marketingopfer geeignet, ne? Und wenig Kirmes auf der Flasche, muss man auch so sagen, ne? Also, wenn da viel Kirmes auf der Flasche ist, holt mich das natürlich auch ab. Aber jetzt so für die Leute, die sagen, ja, das muss eher klassisch aussehen, ist das, glaube ich, auch was. Genauso wie für das Marketingopfer wie mich. So, genug gelabert. Jetzt haben wir ein bisschen hier angedreht. Und jetzt würde ich sagen, halt nochmal schön das Nächste rein, gucken wir, was wir im Glas haben. Also, los geht's, Genas. Also, das ist ein in Butter geschwenkter Apfel. Es liegt warm in einer Pfanne und wird geschwenkt. Aber die Butter ist auf dem Weg zur Ranzigkeit. Das ist, wenn ihr mal so ein Stück Butter gehabt habt und ihr habt das angeschnitten, dann machst du ja wieder die Packung, wenn du jetzt nicht in eine Butterdose tust oder so, machst du die Packung zu und legst das wieder in den Kühlschrank. Dann holst du die Butter einfach mal so nach 4, 5, 6 Tagen raus. Dann ist die Butter außenrum so richtig gelb und innen drin ist die fast weiß. Und das ist so dieser Moment, finde ich. Das ist so diese Butter, wo du weißt, okay, lange kann man die nicht mehr verwenden. Die ist auf dem Weg dahin, Ranzi-Mek-Ranz zu werden. Und diese Butter habe ich genommen, um einen Apfel in einer Pfanne anzubraten oder anzuschwenken oder sonst irgendwas. Es ist halt dieser Apfel, aber da ist so eine säuerliche Note bei. Aber diese säuerliche Note ist nicht vom Apfel. Vielleicht sogar ein bisschen Apfel-Kitsche, schöne Holznote hinten raus, bisschen Vanille. Aber sonst tut sich da jetzt nicht so viel, würde ich jetzt mal sagen. Aber kann man jetzt erstmal nicht meckern. Also da hatten wir auf jeden Fall auch auf dem anderen Kanal wesentlich schlechter Whisky im Glas. Also wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, Cheat Mr. Z, da verkoste ich sämtliche Whiskys, die ich so vor die Flinte bekomme, die unter 25 oder maximal genau 25 Euro kosten. Alles andere wird auf dem Kanal dort nicht verkostet. Also wer da Bock drauf hat, guckt einfach mal, schaltet einfach mal rein. Auf meiner Startseite ist der Kanal auch verlinkt. Da findet ihr alles so, was man so im Supermarkt, Discounter oder sonstigen Whiskys findet, die in der Preisrange sind. Ja, ich würde sagen, wir probieren einfach mal, weil für mich ändert sich da nichts. Es bleibt bei diesem Apfel, es bleibt bei dieser leicht säuerlichen Butter, die schon fast in diese ranzige Note geht. Ein bisschen Holz, Apfelkitsche, eine leicht herbe Note, aber that's it. Also von daher, Cheers, auf euch geht das. Boah, überraschend gut. Ich habe mit viel weniger gerechnet. Oh, der ist angenehm. Der hat so einen relativ süßen, vanilligen Charakter und ich finde, der Grain kommt da fast gar nicht durch. Da würde mich interessieren, wie hoch der Grain-Gehalt ist, aber das steht natürlich nicht mit bei. Ich könnte mir halt vorstellen, die krasse Süße kommt vom Grain, aber sonst habe ich bei diesen Grain-Whiskys immer das Problem, dass der hinten raus immer so ein bisschen herb ist, so ein bisschen dieses Bittere, wie so ein Süßstoff, wie von so einer Süßstoff-Tablette oder so kommt. Also eher so das, wo du sagst, hm, ja, zu viel Grain, zu viel junger Grain, aber hier, sehr elegant vor allen Dingen. Er ist wirklich süffig. Das ist, das ist echt spannend. Aber er hat auch jetzt nicht, also er ist jetzt keine komplexe Aromenbombe. Süß, süffig, viel Vanille, hinten raus, ganz kleine, hotte Note, aber eigentlich sonst total angenehm. Also kann man echt nicht meckern. Pro nochmal einen Schluck. Auf dem zweiten Schluck merkst du es. Auf dem zweiten Schluck kommt hinten raus diese leichte Süßstoff-Tablette. Aber trotzdem, Geschmack vorher, super angenehm, sehr mild, easy zu trinken, easy sipper, Vanille, süß. Also ganz ehrlich, kann man dafür mitnehmen. Muss man, also wenn du dir überlegst, brauche ich was für zu Hause, wo ich vielleicht Cocktails mitmachen kann, wo man Cola reinkippen kann, was ich auch pur trinken kann, nimm den. Kann man nicht meckern, echt. Also, kriegt es von mir auf jeden Fall, ich sage mal, drei bis vier Daumen hoch. Ich tendiere sogar eher zu vier. Ich finde da, also, ich muss ehrlich sagen, ja, mir schmeckt das und so, aber was mich halt immer stört, ist dieses hinten raus, wenn es halt diese herbe Note halt kriegt, ne, wenn es dieses Übersüße kriegt, aber ich muss sagen, ich glaube, ich gehe eher zu vier Daumen hoch. Es ist, es passt einfach. Es ist ein leckerer Blend, den kann man ohne Probleme mitnehmen. Wenn man den zu Hause stehen hat, kann man den auch ohne Probleme aufreißen und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel mitmachen. Also, wirklich, jetzt ist nichts Überkompliziertes, einfach mal ein Easy Sipper, wenn du Besuch kriegst und die Leute können mit Single Malt oder mit deinen Special Flaschen nichts anfangen, dann hab so eine Buddel da, da freuen die sich auch und das finden die garantiert auch lecker. Gerade für einen Einsteiger oder so, der wirklich noch keine Erfahrung hat, kann der sicherlich auch mal probieren und der wird nicht schreiend wegrennen und sagen, oh, ich trinke jetzt nie wieder Whisky. Also von daher, schönes Ding. Kinaas. Feedback dazu, wie immer in die Kommentare, wenn ihr Bock auf eine Teilung habt, hier unten drunter, findet die Links dazu. Die landet leider nicht in der Teilung, denn die ist von Kerstin. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn ich hier für euch Whisky verkoste. Bis dahin, euer Friend Team Mr. Z.